Große Aufregung bei Society Lady Janine Schiller. Ihr Gatte Friedrich muss in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Notaufnahme des AKH gebracht werden. Durch die Entfernung der Hypophyse muss er sich immer übergeben, wenn er etwas Schlechtes ist, erklärt Janine Schiller aufgeregt im Österreich-Talk. Friedrich habe sich so lange übergeben, bis er zu schwach zum Gehen geworden sei. Seine Frau muss gegen Mitternacht die Rettung rufen. Derzeit ist der Unternehmer im AKH Wien bei Dr. Luger in Behandlung. Ich bin sehr traurig, da wir nach Kärnten gefahren wären. Aber die Gesundheit ist das Wichtigste, er wird sicher wieder, gibt sich Janine tapfer. Wir wünschen baldige Genesung.